Servus Leute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Herrliches Wetter. Ich bin mitten auf dem Berg, mitten im Bayerischen Wald und chille hier eine Runde. Wenn ihr bei der Tour dabei sein wollt, dann bleibt dran. So, kleine Stärkung für Rüstfreunde. Ich bin gerade mal ein Stünderl unterwegs. Schauen wir mal, dass ich weiterkommen möchte. Gipfel muss ich sehen. Auf geht's. Gipfel ist ein Städterl. Es ist ein Städterl. Es ist ein Städterl. Bis zum nächsten Mal. Ja, das Gipfel-Glück kommt selten alleine, aber wir sind oben und das war's. Schauen wir einen schönen Platz und werden erstmal was essen, Leute. So sieht's aus. Musik 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 So, Prost, Freunde. Ah, gut heiß. Schöner Kaffee draußen. Und dann geht's weiter nach unten. Jawoll. Musik So, ich sitze gerade auf den restlichen Steinen von einem Bergdorf. Das sind die Ruinen hier. Schauen wir uns nochmal ein bisschen an. Musik 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 So, Leute. Ein bisschen was gegessen und jetzt geht's nach Hause. Das restliche Stück geht in den Abend hinein. Es war eine sehr schöne Tour diesmal hier im Bayerischen Wald. Wir werden so eine Dreiviertelstunde ungefähr, wird es noch dauern bis zum Auto. Und das war's. An der Stelle sage ich danke fürs Reinschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal auf meinem Kanal in der schönen Natur. Macht es gut. Servus. Tschau. Musik 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 Musik